Sie haben das Zünd erreicht. Die Achtung zur Seite! Ich habe gerade einen neuen Tisch geliefert bekommen. Am LKW-Abststände. Am LKW-Abststände. Der kann nicht in Regen. Der ist neu. Der ist mal eingepackt, aber das steht nicht. Bis jetzt ist ein kleiner Lichtblick. Endlich mal ein paar neue Sachen, auf die man sich gefreut hat. Dass man auch mal was Neues hat. Dass man was aufpacken kann. Was aufregend ist. Ein kleiner Lichtblick am Karten. Ja, im Regen. Ein kleiner Sonnenfall. So. Jetzt muss ich gleich meine Kinder wegnehmen. Kommt alle rein. Kommt alle rein. Nehmen wir hier einfach mal ein Schnelles vor dem den Kinder und mal die wegnehmen. Genau. Okay. Okay, ich muss sie vorher. Jetzt muss ich vorher rein. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.